Guten Tag meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Dienstag, den 22. Februar. Wenn es ein normaler Wochentag wäre kirchlich, dann ging es heute weiter im Jakobusbrief im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und das fängt so an. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Lüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlanget es damit nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet. Nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Ja, also wieder eine Philippika und dann am Ende im 10. Vers. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Vielen Dank, Jakobus. Recht hast du nämlich mit dem, was du da sagst. Heute ist das aber nicht die Lesung, sondern heute ist das Fest Kathedra Petri. Also Lehrstuhl des heiligen Petrus aus einem merkwürdigen heidnischen Begräbnisritus, dass man den Toten ans Grab an bestimmten Tagen essen und einen Stuhl gestellt hat, damit sie sich dann Platz hinsetzen können und ihr Totenmahl einnehmen. Und davon wollte man wegkommen, aber den Stuhl hat man behalten, damit er die Kathedra der Ort ist, wo die erleuchtete und lebensfreundliche Lehre des Evangeliums verkündet werden könnte. Und so ist heute noch in der Absis des Petersdomes in diesem Bernini-Altar unter dem wunderschönen honigfarbenen Heiliggeist-Fenster ist in einer Wolke von Gold und Barock, ist dieser einfache Holzstuhl wohl eingefasst aus der Frühzeit. Geht aber am Ende nicht um Stühle und es geht auch nicht darum, in welcher Körperhaltung man lehrt, sondern es geht darum, dass diese Lehre die Wahrheit Christi ist. Und heute ein Stück aus dem ersten Petrusbrief, was also dem heiligen Petrus zugeschrieben wird. Und da schreibt er so demütig und so abgeklärt und menschenfreundlich, als hätte ihm sein Kollege Jakobus vor den Kopf gewaschen und hätte damit auch Erfolg gehabt. Schwestern und Brüder, eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will, auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Ja, wenn es so immer gewesen wäre und so auch wäre und bliebe, dass solche Menschen in so einer Gesinnung eben mit der Erfahrung eines Lebens, auch mit der eigenen Schwäche und dann so ein freundliches und wohlwollendes Hinausschauen in die Welt und eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi und mit den Gläubigen vor allem auch ein Gläubiger seint, bevor man dann verantwortungsvolle Funktionen hat und Macht wahrnimmt. Dann sähe es gut für uns aus. Mit diesem Geist soll der heilige Petrus für Bitte für seinen Nachfolger Franziskus einlegen und auch für alle anderen, die am Amt der Leitung teilhaben und auf den Lehrstühlen sitzen. Gott segne sie mit kleinem S und sie mit großem S mit seinem Segen.